Ja, die anderen Bands machen ja auch gerne ein bisschen drauf. Und Ron hat halt leider nicht gewollt. Da gibt es ganz viele tolle Preise jetzt noch gleich und deswegen ist das letzte Lied. Aber der Marius möchte vorher noch ein bisschen was vorschreiben, das man so gern macht. Ob die kommen. Der Schluss war jetzt nicht raus. Das war ja mächtig langweilig. Vielleicht weißt du was, der Winken kann nichts sagen. Danke. 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 Danke für dich. Musik Applaus Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.